Herr Marinär, Polisud produziert und entwickelt Anlagen zum Schweißen. In welchen Anwendungsgebieten bewegen Sie sich dabei? Polisud hat sich in den letzten Jahren zum führenden Hersteller von WIG-Mechanisierungslösungen zum Schweißen und Auftragsschweißen entwickelt. Die verschiedenen Anwendungsbereiche, Industriebereiche, die für uns den Kundenkreis darstellen, sind sämtliche rohrverlegende und rohrbearbeitende Unternehmen, welche etwas Gasförmiges oder Flüssiges zu transportieren haben. Im Segment Auftragsschweißen haben Sie einen Prozess weiterentwickelt. Können Sie diesen erklären? Wir sprechen von dem Bikathodenschweißen, beziehungsweise von Polisud, benannt als Tiger, als Stellvertretende für die Leistung, die dieses Verfahren mit sich bringt. Welche Industrien interessieren sich am meisten für diese Maschine? In erster Linie die Erdöl- und Erdgasindustrie, welche durch diese verschleißfreie Schicht oder nahezu verschleißfreie Schicht höhere Lebenszeiten, höhere Lebensdauer für ihre Bauteile erzielt. Der Prozess erlaubt es, Material schneller aufzulegen. Sind damit auch höhere Kosten verbunden? Ja, jedoch der Faktor bezogen auf die Produktivität ist um ein Vielfaches höher und dadurch ist die Investition um den Faktor 2 niedriger bezogen auf das Kilogramm abgeschmolzenes Material.